Die Wollnys, so süß werden Lavinia und Baby nach Geburt empfangen Ausrufezeichen. In der neuesten Folge von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie dürfen Lavinia und Sohnemann Linus nach dem Kaiserschnitt endlich nach Hause. Baby Alarm bei Die Wollnys, eine schrecklich große Familie auf RTL 2. Das zweite Kind von Lavinia Wollny und dem Katzenbauer hat das Licht der Welt erblickt. Es ist ein kleiner Junge namens Linus. Nun dürfen die Zuschauer der Reality-TV-Show miterleben, wie die kleine Familie zu Hause endlich vereint wird. Baby Linus wird gebührend empfangen.Vor drei Tagen hat Lavinia ihren Sohn Linus Weyer-Kaiserschnitt im städtischen Krankenhaus Heinsberg zur Welt gebracht. Da es beiden den Umständen entsprechend bestens geht, dürfen Mutter und Kind endlich nach Hause, wo Papa Tim und Schwesterchen Hayley schon ungeduldig auf den Rest ihrer Rasselbände warten. Während die zwei aus der Klinik abgeholt werden, dekoriert der Wollnys-Clan fleißig die Wohnung, inklusive Ballons, Schriftzügen und der traditionellen Wäscheleine mit Baby-Bodies auf dem Balkon. Silvia, Loredana und Co. helfen fleißig mit. Auf Lavinia und Linus wartet auch ein Geschenk von der ganzen Familie. Es ist ein süßer kleiner Kleiderständer mit allerlei Niedlichkeiten. Die frischgebackene Zweifach-Mama freut sich beim Anblick ihrer Liebsten sichtbar über den ganzen Support.